Schönen Wachter bitte! Los, weiter! Okay! Ja, braver Wolf Okay Ja, wenn wir ihn empfinden würden Also, dann mach weiter Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Dann muss ich wohl alleine weiter Du kannst wieder nach Hause Wie? Ja, super Ja, und nun? Ein magisches Kraftfeld Ja, super Wow Ja, super Ja, super Ja, super Ja, super Gut. Noch zwei Werkzeugbeutel. Nein, den lässt sich besser in Ruhe. Okay. Was sagt er dir? Das Lockbuch. Das Lockbuch. Das Lockbuch. Ähm. Also wir haben hier keinen Punkt mehr angezeigt. Vielleicht müssen wir ja mit dem Visitor sprechen gehen. Nee, das spricht nix. Ähm. Damit auch nicht. Hoffen wir denn sonst hier irgendwas? Ne Rolle? Schlösser öffnen? Nee, wohl eher kaum. Ähm. Dann würde ich sagen, mal ab zur Hafenstadt. Und dann, wenn wir hier fertig sind... Ähm. Naja, alchemitisch. Dreimal hier den Trank. Ja, ja. So ist gut. So ist gut. Arbeit. Ach, Hildenkronen brauchen wir noch. So, dann zweimal kleine Heilkränke her. Basteln. Fertig. Heilkraut. Ja, da machen wir noch drei große für den... Ich sagte, drei große für den absoluten Notfall. Falls wir mal absolut in der Krise sind. Das sieht gut aus. So, dann ausrüstet. Die kleine, dann der. So, dann sind wir hier schon mal stärker geworden. Ja, die Geschicklichkeitsscheiße können wir auch mal verfüttern. Die allerdings noch nicht, die druiden Schierlinge. Die können wir noch brauchen. Und dann... Aber zuerst... Unterricht... Okay? ... Steck endlich die Scheißwaffe weg! Mach so ne Scheiße nicht nochmal! Ja, 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 ja! Ja, das ist gut! Das ist auch gut! Perfekt. Da sind wir schon mal ein gutes Stück besser geworden. So, dann noch zum Schmied hier. Zeig mal, was du hast. Die kann weg. Ja, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Die können wir nicht verkaufen. Und hier... Von dir bräuchte ich mal was. Ja, super. Spieber. Dass du kein Schmiedezubehör. Nee. Hab gedacht, da habe ich vielleicht das Goldschmiedezeug bei sich. Naja. So, dann mischen wir die hier direkt auch unter. Ja. So, wahre Korpandel. Wie einen Eintel. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super. Genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Was denn? 15 Stück? Weißt du, wie viele Gnome ich dafür umhauen muss? Tja, ich kann es nicht ändern. Was glaubst du denn, wie viele Waffen ich in den letzten Tagen geschmiedet habe, hä? Ich brauche das Zeug. Na schön. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das kann aber eine Weile dauern. Mir egal. Hauptsache, du bringst sie mir. Okay. Reichen dir nicht erst mal 10 Werkzeugbeutel? Ich mache keine halben Sachen. Bring mir... Hm. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber das habe ich auch nie behauptet. Ja, ja. Schon gut. Ach. Ich... Gut. Soll ich deinem Bastardschwert, Trolling? Zeig. Verkauft der hier kein Eisen? Was ist denn das für ein Pedal? Na ja. So, dann hier Teleport. Soll ich noch kurz zum Banditenland? Nee, dann lieber gleich zur Vulkanfestung. Jetzt ist nicht die Zeit. Jetzt nicht. Ja, klar. Jetzt nicht. Ich mache auch nicht mehr, ja. Was mich Wichtiges mitteilen sollte. Ach, dieser Penner. Es ist zum Kotzen. Was mich am meisten Abend kotzt. Das wäre der ganze... Huch. Ja. Da ging die Haufenhabe kurz weg. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel verpasst. Ich bin einer gefährlichen Bestie begegnet und habe mich dann hier zur Hafenstadt hier so runter, da über... Hier so runter und dann zu der Hafenstadt hier geflüchtet. Suche nun hier das namenloser Grab. Ähm. Ja. Geil. Wir haben den quatro und runter und runter getroht. Ja. Das war ja schon. Na, wie wär's, wenn du mir mal geholfen hättest, anstatt da doof rumzustehen? Naja, egal. Da hinten auf der Insel soll das Grab sein, na bitte. Okay, Eric! Kann schon sein. Ich sage dir, du wirst dort finden, wonach du suchst. Wir werden sehen. Okay. Waffe weg, du Hund! Pass auf! Abhauen kannst du vergessen. Buh! 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 Ha! YAH! Vielen Dank.